Wir wollen einen Lernort schaffen, an dem es allen gut geht. Allen, das heißt den Kindern und Jugendlichen, den Lehrern und den Eltern. Es ist mittlerweile bewiesen, dass nachhaltiges Lernen eben dann funktioniert, wenn es in positiven Situationen stattfindet. Positive Emotionen verstärken die Verknüpfung und Lernen muss einfach Spaß machen. Und das soll bei uns passieren. Eine bedeutende Rolle spielen die soziale Kompetenz. Das heißt für mich Teamfähigkeit, auch Konfliktfähigkeit, Dinge zu lösen, Selbstreflexion. Das heißt auch Stärken und Schwächen selbst zu erkennen. Durch die Dreharbeiten in meinem Dokumentarfilm Schools of Trust habe ich Einblick in den Alltag vieler verschiedener freier, demokratischer Schulen bekommen. Ich berate derzeit aktiv die Gründungsinitiative für die freie Grund- und Oberschule Westerholz. Ich bin von ihrer Idee, Kindern selbstgesteuertes, interessengeleitetes Lernen zu ermöglichen, das ihnen erlaubt, ihre Potenziale zu entfalten und das zu tun, was ihnen wirklich wichtig ist. Vollkommen überzeugt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ganz besonders freue ich mich auf glückliche, ausgeglichene Kinder, die einfach wieder Kind sein dürfen. Und ich bin einfach so dankbar, dass es diese Möglichkeit mit so einer Schule bei uns hier vor der Haustür gibt. Ich bin total überzeugt davon, dass Kinder, die diese Schule besucht haben, wirklich das allerbeste Werkzeug haben für das spätere Berufsleben, ganz egal, welchen Weg sie für sich wählen. Also ich würde sagen, das Bedürfnis der Eltern und auch der Kinder ist sehr groß, dass es Alternativen gibt. Also immer haben wir Rückmeldungen von Eltern bekommen und den Familienmitgliedern, aber als wir die ersten Kinder sozusagen entlassen haben in die Schulen, da kriegten wir auch von außen nochmal ein Statement und das war absolut positiv. Und das war für uns auch ganz wichtig und hat uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diese begeisterungsfähigen Kinder mit ihrer Neugier auf diese Welt und das Leben benötigen zum Lernen nicht viel. Wir begleiten und unterstützen sie dabei, ihre Ideen, ihre Fragen zu formulieren. Durch ihr eigenes Tun werden sie Lösungsansätze kreieren. Dabei entfalten sie ihre Potenziale und ihr so angeeignetes Wissen wird nachhaltig und kreativ einsetzbar sein. Wir gründen diese Freischule, weil wir unseren Kindern vertrauen. Wir wissen, dass in ihnen diese riesige Entdeckungsfreude steckt. Sie werden sich alles aneignen, was sie für ihr Leben brauchen. Und zwar auf ihre eigene Weise. Da sind wir uns wirklich sicher. Ihr seid herzlich willkommen an unserer Schule. Wir möchten mit euch zusammen unsere Lernorte gestalten. Und zwar auf unsere Lernorte gestalten. Das sind wir wirklich reverse.